Hallo und herzlich willkommen im Monat Juli. Ich habe diesen Monat auf meinem Kanal unter ein bestimmtes Motto gestellt. Und zwar geht es um Selbstliebe, um Body Love und Selbstbewusstsein. Und ihr werdet nicht nur Videos von mir sehen, sondern ich habe auch ganz tolle Frauen eingeladen, die ebenfalls Videos zu diesem Thema hier auf meinem Kanal machen werden. Auch meine Vlogs habe ich ein bisschen dahingehend angepasst. Also seid gespannt und ihr könnt in diesem Monat auch gewinnen. Und zwar wisst ihr vielleicht, dass Maria von Schickmami ihren eigenen Merch rausgebracht hat. Und da geht es auch unter anderem um das Thema Selbstliebe, um das Thema Body Love, aber auch Selbstbewusstsein. Und das passt halt nun mal so gut in diesen Monat, dass ihr euch, wenn ihr gewonnen habt, etwas aus ihrem Shop aussuchen dürft. Das bespreche ich dann in Einzelheit mit dem Gewinner, wenn es soweit ist. Gewinnen könnt ihr, indem ihr super fleißig seid diesen Monat. Gewinnen wird nämlich diejenige von euch, die am aktivsten ist, die am meisten kommentiert, liked, teilt, die auch auf den anderen sozialen Medien von mir aktiv ist, auf Instagram, auf Facebook. Ich kenne euch ja schon so ein bisschen, ich weiß, wer ihr wo seid. Das heißt, diejenige von euch, die am aktivsten in diesem Monat sein wird, die werde ich dann im August anschreiben und die darf sich dann aus dem Shop von Maria was aussuchen und bekommt das zugeschickt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit meinen, unseren Videos in diesem Monat. Ich hoffe, ihr könnt da ganz, ganz viel für euch mitnehmen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare, auf eure Aktivität hier. Ich verlinke euch Marias Shop schon mal unten in der Infobox. Da könnt ihr schon mal da vorbeischauen, könnt euch schon mal gucken, was euch vielleicht gefällt. Ich kann euch sagen, ich habe das T-Shirt, ich liebe, was ich tue. Das habe ich auch schon mal auf Instagram gezeigt. Und ich möchte mir bald ein neues T-Shirt bestellen. Und zwar, ich liebe meine Kurven. Das brauche ich unbedingt. Also noch vor unserem Ostseeurlaub bestelle ich mir das, weil da kann ich super coole Fotos machen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß im Monat Juli auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.